Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Horse Reality. Wir machen als erstes Feed a Foal a Dough. So, ich habe aussortiert, ganz doll aussortiert. Also ich habe schon wieder ein paar Pferde verkauft, aber ich habe aussortiert. Ich habe sehr viel aussortiert. So, ja, ich habe einige reingestellt und viele verkaufe ich auch nicht. Deswegen eine Idee von mir. Wer Interesse hat, egal welchem Pferd, meldet euch und ich stelle euch das Pferd für ein Horse Reality Credit in den Privatverkauf. Ja, habt ihr richtig gehört. Ein einzigen. Also, wenn ihr Interesse an einem oder mehreren Pferden habt, schreibt mir bitte unter diesem Video euer Interesse von welchem Pferd, also an welchem Pferd ihr Interesse habt. Meine Güte, ich kann heute hier, da kommt irgendwie alles Quark rüber. An welchem Pferd ihr Interesse hättet mit dem Namen bitte und eurem Horse Reality Name. Bitte nur unter diesem Video eure Kommentare. So, ähm, wir haben bekommen, Onkel Sammy, ein, ähm, Enkvon. Ein mega hübschen. Ähm, könnte vom GP ein bisschen höher sein. Hat leider auch ein Average, äh, ich weiß nicht, ob der bei uns bleibt. Kann ich euch nicht sagen. Ja, hat er schon, äh, was, ne, ich hab die noch gar nicht reingestellt. Okay, na gut, das kann passieren. Ja, den kleinen Mann haben wir bekommen. Dann haben wir bekommen, Oma, so soll's mir das, sag mal, ist das denn wahr? Kann ich das hier irgendwie ausschalten? Geht jetzt grad nicht. Ist auch egal. Ich, äh, mach das dann privat, äh, off, fertig. Oma haben wir bekommen. Er hat 4 Very Goods, 8 Goods, 6 64er GP ist leider wenig. Ähm, ja, ein Brauner, normal, und, äh, ja, der hat eigentlich auch nicht viel, ich hab die alle noch nicht, warum hab ich die alle noch nicht reingestellt, verstehe ich gar nicht. Auf jeden Fall, ja, die sind alle neu. dazugekommen. Dann haben wir Romano bekommen. Ein weiterer Achal Tecina, äh, 2 Very Goods leider nicht so gut. Er ist aber vom GP bei 6,80. Das ist ganz ordentlich. Hab ich auch noch nicht reingestellt, ne? Ne, warum sollte ich das auch tun? Könnte ich ja mal machen, aber, tu ich nicht. Dann haben wir Simba, ein Knappstrupper, Hengstfohlen. Ich hab irgendwie nur Hengste bekommen, glaub ich, in den letzten Tagen. Leider ein Average, was jetzt nicht so dolle ist, ehrlich gesagt. Hat aber ein GP von 713, hat aber ein Average drin. Weiß ich noch nicht, was ich mit dem anstelle. Dann haben wir Knappstrupper bekommen. Ähm, auch recht gut. Sie ist nicht die beste von meinen Scheierstuten. Hat leider auch nur ein GP von 5,33 und wird mich wahrscheinlich verlassen. Also, solltet ihr auch Interesse an diesem Stutfohlen haben, da müsst ihr noch vier Monate warten, dann kann ich sie verkaufen. Habe ich die schon reingestellt? Ja, sie hat ein Second Premium erhalten mit 73 Jahren. Das ist nicht so, ist nicht so dolle, ehrlich gesagt. Dann haben wir Last Joe bekommen, 5,57er GP. Herrgott, jetzt sind wir heute los hier. Zwei Very Goods verkaufe ich definitiv, ist mir zu wenig. Ähm, ich habe Scheiers mit 5, ähm, Very Goods oder 6 oder 7. Ja, da ist er dann einfach mal mega schlecht. Kann ich leider nichts mehr anfangen. Auch ein Second Premium bei 74. Nicht so gut. So, dann haben wir noch Topping Guy. Topping Guy wird auch verkauft. Er hat nur ein GP von 5,24. Ist mega schlecht. Kann ich nichts mit anfangen. Hat leider auch ein Average drin. Geht also auch in den Verkauf. Hat auch nur ein Second Premium. So, dann kommen wir zum letzten Fohlen. Ich, wie gesagt, ich habe jetzt, glaube ich, einen Stutfohlen dabei gehabt. Also, war jetzt nicht so dolle. Und ich kriege wieder Hengstfohlen. Äh, naja. Okay. So, der kleine Mann, Deep Skin. Ähm, ist so von Very Goods. In Ordnung. Eigentlich. Hat aber leider nur ein GP von 5,29. Ähm, auch ein Second Premium mit 76er Wert. Ja, der wird mich auch verlassen. Also, Stuten sind alle gedeckt. Ähm, Joanna werde ich auch verkaufen. Wie gesagt, ich habe jetzt, ähm, Cleopatra wird verkauft. Ähm, die möchte ich einmal gedecken lassen. Und Melancholie eigentlich auch. Weil sie immerhin noch ein bisschen besser ist als Cleopatra. Sie hat ein Very Good mehr. Ähm, ansonsten, wie ihr seht, ne, also sieben Very Goods. Sechs, fünf, äh, sieben, fünf. Also, ähm, auch hier bei den Hengsten. Da habe ich mehr als aussortiert. Also, er ist bisher der Beste mit sechs Very Goods und, ja, ähm, eigentlich dürfte ich nur ihn behalten, aber das wäre jetzt ein bisschen fatal. Das mache ich jetzt nicht. Okay. Okay, dann würde ich sagen, suchen wir mal eben jemanden, hier, Horstek, genau. Horstek, ähm, hatte mich auch angeschrieben. Ich glaube, letzte Woche unter dem, ähm, Video. Und ich hoffe, ich bin hier, ja, Achaltekina, genau. Äh, da bin ich, glaube ich, richtig. Und zwar hatte sie, hatte sie mich gefragt, ob ich eventuell Achaltekina gebrauchen könnte. Interesse wäre da. Habe ich ihr aber auch schon zurückgeschrieben. Das Problem ist, ich habe halt einfach keinen Platz. Ich habe halt keinen Platz. Ähm, ich muss mindestens noch acht Pferde jetzt verkaufen, irgendwie loswerden oder ins Retirement geben, damit ich wieder auf meine 58 Boxen komme. Aber dann habe ich ja immer noch keinen Platz. Das ist das Problem an der Geschichte. Ähm, ja. Deswegen kann ich leider keine Pferde kaufen. Es tut mir echt mega leid, weil sie hatte geschrieben, dass sie, ähm, zum größten Teil ihre Achaltekina-Zucht aufgeben. ähm, wollte, möchte. Okay, auf ihrem Profil schreibt sie, hey, ich bin gerade dabei, meine Zucht umzustellen. Daher stehen einige meiner Pferde zum Verkauf. Wenn du an Trakenern, Achaltekina, Interesse, ähm, und so weiter interessiert bist, schreib mich gerne an, falls das Pferd, was euch interessiert, nicht zum Verkauf steht. Meine Hauptzucht wird nun Welch Ponys und Gypsies ähm, sein, also Tinker. Richtig, alle meine Hengste stehen zur Zucht zur Verfügung. Wenn du Interesse an einem Pferd hast, kannst du mich gerne anschreiben und einen Preisvorschlag machen. Ein paar Pferde stehen auch so schonen zum Verkauf. Meine selber gezogenen Fohlen haben alle ein, hm, 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 davor. Falls du ein Pferd hast, das mindestens überall gut hat, kannst du mir ebenfalls gerne Bescheid geben, da ich einige Pferde suche. Über Nachrichten oder Fragen freue ich mich. Eure Horstek. Suche momentan Tinkerstuten. Falls ihr welche abgeben möchtet, könnt ihr sie mir gerne verkaufen. Und vielen Dank an alle, die meinen Pferden im Moment züchten. Okay, dann würde ich mal vorschlagen, dass ja größtenteils um die Achaltequina geht, wo momentan keine im Verkauf stehen. Man sich aber anschreiben kann, sobald ich das, äh, so lange wie ich das, sobald ich das, nicht sobald, soweit ich das, Gott noch mal. Ich suche mir da eben mal ein paar Pferde aus und dann schauen wir gleich weiter. Okay, Lieben, da sind wir wieder. Ich habe mir mal das ein oder andere Pferdchen hier rausgesucht. Als erstes, ähm, Paladin Cream Ocean, ein Achaltequina-Stütchen mit 3 Very Good 685er GP Doppelt Cream. So, dann haben wir noch Paladin Golden Ocean. Könnte das die Mama von dem, genau, das ist die Mama von Paladin Cream Ocean. Okay, sie hat 6 Very Good 785er GP, super. Ähm, ja, sie ist mega. Also mit der würde ich dann auch gerne züchten wollen. Ja, das ist echt eine sehr hübsche. Dann haben wir mal zu den Tinkern rübergegangen. Ähm, ja, ein Fest Premium hat er schon bekommen. Er hat, ähm, 4 Very Goods, wie wir hier gerade sehen. Sehr hübsches Folie, auf jeden Fall. Dann sind wir bei den Quartern. Ähm, ja, ein Average, äh, das kenne ich irgendwoher, allerdings von meinen Oldenburgern. Aber auch von den, auch von Quartern kenne ich das. Hat aber 4 Very Goods, war auch noch nicht in den Confis drin. Ähm, wie sieht es denn hier aus? Ein, dann ein, ähm, Obero, ein Rhone. Sehr hübsch, auf jeden Fall. 647er GP, ja, ja, ist nicht schlecht. 5 Very Goods, 628er, das ist sehr traurig. Das ist, das ist echt nicht, das ist schlimm. Ähm, nicht schön. Hat aber schon. Ähm, 9 fürs Premium bekommen. Dann haben wir eine Weltshire, 5 Very Goods, 621er, das ist okay, 621er ist in Ordnung. Ähm, ja, hier auch zwischen 80 und 84, Dings, ähm, Dings, Pff, Wertpunkten, Star Pretty Kid, heißt Incredible Pumpkin. Ja, auf jeden Fall eine mega hübsche. Ähm, ein Fuchsi mit Splash White. Ja, sieht man, knapp. Dann habe ich noch ein Trakener Fühlchen, Negario Passion, oder Passion. Ja, leider ein Amritch, hat aber, ähm, fünfmal Very Goods. Und da versagt auch bei seiner Stimme. Auch ein Splash White. Hm. Ja, ein Braunes mit Splash White. 660er GP, weiß ich nicht, wie das bei Trakenern so ist, wo die da so, ähm, liegen. Ja, aber, ähm, Hosek, du hast wirklich hübsche Pferde. Ich weiß nicht, wie aktuell das jetzt noch mit deinen Achal Tekina ist, ob man sich noch bei dir melden kann oder nicht. Ähm, ansonsten hattest du ja geschrieben, wenn Interesse an eines der Pferde besteht, kann man sich bei dir melden. Ähm, und, ja, dann würde ich sagen, Leute, das war's für diese Folge. Die ist schon wieder elendig lang geworden. Ich versuche sie zu schneiden, dass ihr kein 30 Minuten Video habt. Und, ähm, ja, gebt dem Video gerne ein Like. Ein Abo würde ich mich tierisch überfreuen. Aktiviert die Glocke, damit ihr hier nichts mehr verpasst. Und, äh, ja, schreibt in die Kommentare, ob ihr ein Pferdchen haben möchtet. Ähm, habe ich euch ja gezeigt. Und, ähm, ja, wie gesagt, meldet euch, falls ihr da ein, ähm, Pferdchen haben möchtet, für ein Horse Reality Credit gebe ich sie ab. Ja, ihr habt richtig gehört. Und, ähm, meldet euch. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.